Die Gefahr besteht natürlich, dass langfristig die Automobilproduktion in andere Regionen der Welt hinwandern, etwa nach Indien oder China. Das ist aber erst dann eine Gefahr, wenn tatsächlich das Qualitätssegment im Automobilmarkt nun unter Bedrohung wäre. Das sehen wir demnächst noch nicht. Wir sehen ja zunächst mal, dass in Europa insgesamt, aber auch insbesondere in Deutschland die Bevölkerung schrumpft. Das hängt damit zusammen, dass die Geburtenzahlen weit unter die sogenannte Reproduktionsrate gefallen ist. Das heißt also bei der die Bevölkerung sicher hält. Das heißt wir schrumpfen und wir werden immer älter. Die Arbeitsmärkte werden immer kleiner und deswegen kommt es dazu, dass wir immer weniger Menschen haben, die eben Arbeit durchführen können. Das heißt wir brauchen immer mehr Menschen zunächst mal grundsätzlich. Zum anderen ist die Arbeitsnachfrage immer stärker auf Fachkräfte hingezogen. Einfache Arbeit ist nicht mehr erwünscht. Das heißt wir sehen eine Spaltung des Arbeitsmarktes mit hohem Fachkräftemangel überall in Europa, aber auch überall in der Welt. Wir haben das in Amerika, in China, in Australien auch. Ja, als ich vor 15 Jahren hier ans EZA kam, da hatten wir die Beobachtung in Deutschland. Zwei Drittel der deutschen Unternehmen keinen Arbeitnehmer mehr über 50 im Betrieb hatten. Das war aber einfach nicht gewollt. Da gab es den Jugendwahn und Jugendliche können alles besser. Das hat sich aber längst als völlig falsch erwiesen. Ältere Menschen sind durchaus nicht weniger leistungsfähig, nicht viel weniger, aber bestenfalls bei manuellen Tätigkeiten. Und sie ersetzen vieles durch Routine, Erfahrung und eben Lebensweisheit und insoweit ist das von der Angebotseite kein Problem. Die Nachfrageseite, also die Unternehmen müssen sich immer mehr Gedanken machen, machen sich das auch inzwischen, der Prozess kehrt sich um, wie sie ältere Unternehmen halten. Denn der sich abzeichnende Fachkräftemangel führt dazu, dass diese Fachkräfte, die man ja auch gar nicht weiterbildet in der Firma, im Lebenszyklus bisher, dass man die einfach brach liegen lässt und ausscheiden lässt. Das werden die Unternehmen mit einem guten eigenen Interesse nicht tun. Und wir sehen, dass selbst in Deutschland, wo wir über Jahre eine Politik der Frühverrentung hatten, diese Prozesse in erheblichen Veränderung sind. Und wenn wir europaweit herumschauen, ist die Arbeitsmöglichkeit für Ältere überall nicht bloß viel, viel besser als in Deutschland, auch in Holland, sondern auch im Steigen begriffen. Also es findet überall der gleiche Prozess statt. Ja, bei der Einführung des Euro war es eines der großen Themen, was kommt auf uns zu bezüglich der Flexibilität der wirtschaftlichen Beziehungen. Denn der Wechselkurs war zwischen den Beitrittsländern ja eine Schiene zum Ausgleich von Schwankungen und Ungleichgewichten. Und da war die Auffassung, dass insbesondere der Arbeitsmarkt eine besondere Rolle durchführen muss. Er muss ausgleichen, was an Starren Wechselkursen nun dann de facto vorhanden war. Und deshalb hat auch die EU-Kommission mehrfach versucht zu erforschen, wie man die Mobilität der europäischen Euro-Staaten erhöhen kann. Leider, muss man sagen, sind die Europäer sehr unwillig zu wandern und das ist schade. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Jetzt oben das Hallo. Das war's. нее